Du bist Coach, Trainer, Expertin oder Experte, dann bist du angetreten, damit du anderen Menschen helfen kannst. Was aber, wenn du zwar eine tolle Expertise hast, aber niemand deine Hilfe annimmt? Das kann jetzt drei Gründe haben. Erstens, du bist noch nicht in der Sichtbarkeit, also zu wenige Menschen wissen von dir und deinem Angebot. Oder zweitens, dein Angebot ist noch nicht ausgereift, du kennst vielleicht deine Zielgruppe noch nicht richtig. Oder drittens, deine Dienstleistung, dein Produkt ist prinzipiell super, aber du schaffst es nicht, andere davon zu überzeugen. Und Fehler Nummer eins, den die meisten Expertinnen und Experten dann machen, sie gehen mit ihrem Preis nach unten. Sie verkaufen sich dann unter Wert aus Angst, den Kunden sonst zu verlieren. Und wenn du das auch so machst, dann kostet dich das nicht nur bares Geld jeden Tag, sondern auch dein Selbstwertgefühl. Im schlimmsten Fall zweifelst du nämlich irgendwann an dir und deinem Angebot. Doch warum erzähle ich dir davon? Ganz einfach. Und das, was ich dir jetzt sage, das ist leider die bittere Wahrheit. Schau das Video bitte nur weiter, wenn du die auch wirklich hören möchtest. Wenn du dich nicht perfekt präsentierst und mit deinen Kunden perfekt kommunizierst, dann wird deine Konkurrenz in den nächsten 12 bis 24 Monaten gnadenlos an dir vorbeiziehen. Du verlierst dann Aufträge und Kunden an bessere Verkäuferinnen und Verkäufer. Das heißt aber noch lange nicht, dass deren Produkt oder Dienstleistung besser ist als deine. Ganz im Gegenteil. Die verkaufen es nur einfach überzeugender. Das Allerschlimmste ist dabei, aber du kannst dann mit deinem wertvollen Wissen, mit deiner einzigartigen Gabe niemandem mehr helfen. Selbst wenn du der oder die Beste auf deinem Gebiet bist und das tollste Produkt oder die tollste Dienstleistung hast, wenn du nicht überzeugen kannst, dann will das keiner haben. Sorry. Falls du dir jetzt sagst, dass du noch Zeit hast, dann bedenke bitte zwei wichtige Dinge. Erstens, deine Konkurrenz, die ist schon auf dem Weg. Und zweitens, das ist noch viel, viel wichtiger, deine Kunden brauchen dich jetzt und nicht erst in ein paar Jahren. Sie warten genauso wenig auf dich wie deine Mitbewerber. Also, damit das nicht passiert, biete ich dir heute meine Unterstützung an. Im Secrets of Sale Club zeige ich dir in einer Kombination aus Online-Kurs und 1 zu 1 Coaching alles, was du für eine perfekte Kommunikation mit deinen Kunden benötigst. Nimm die Abkürzung zum Erfolg, komm in den SOS Club und lass uns heute damit starten, dich zum Kundenliebling zu machen. Bis gleich, dein Uwe.